Denken Sie, was ich denke? Sie haben keine Ahnung, was hier los ist, stimmt's? Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Half-Life, das Original. Von 1998 mit mir, dem Michael Cooper und wir haben in der letzten Session, was haben wir gemacht? Wir haben das Monster gesehen und wir müssen irgendwie, wenn es euch aufgefallen ist, darüber war, ein Triebwerk. Und wir brauchen Sauerstoff und Füllmenge, weiß nicht, was es ist, reiner Alkohol, keine Ahnung. Der Dimensionsgraben überträgt definitiv organische Materie. Hast du schon hier Sacht in der letzten Folge, Junge. Kannst du mal die Klappe halt, Meg, hier das Intro erzählen, wa? Du alter Drecksack. So. Sie haben keine Ahnung, was hier los ist, stimmt's? Ach, stimmt's und Sack. Jedenfalls müssen wir jetzt wieder zurückkommen und das aktivieren. Wir brauchten noch den Reaktor, den haben wir jetzt aktiviert. Ähm, äh, okay. Okay, okay, okay. Den Reaktor haben wir aktiviert, damit das Triebwerk laufen kann. Also wir haben Sprit quasi zugegeben. Wenn man wüsst, wie flüssig Raketen vom Treibstoff funktionieren. Scheiße. Okay. Kleiner Bruch. Diagnostiziert. Ach, ich bin ja Dürfen. Bitte, bitte. Ja, super. Alter, Alter. Ach, die Fische habe ich ja im Leben gelassen. Na ja, vielleicht wird die Basis eh mit einer Bombe weggesprengt. So, dann gucken wir mal, wie wir den Scheiß haben. Ich habe bloß nur 34 Leben. Oh nein. Ist klar. Leg mich halt vor, ey. Mensch, jetzt häng doch nicht in Wäsche rum hier. Günter, ich. Ich schieb dit mal hier richtig hin. Aha. Einmal ducken, geht es gut. Einmal ducken, Energie im Blut. Hopfen wir hier schnell rüber. La 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 la. Alter Verwalter, ich wusste doch, wenn in so einem Spiel irgendwo Wasser liegt, dann ist das nicht von ungefähr. Dann wiegt das ziemlich schwer. Aber cool, dass die die toten Viecher da mit eingebaut haben. Ich hätte einfach noch das Ding schießen müssen. So. Once again. Once again. Once again. Once again. Es geht wieder los, in meiner Haus. Klingelt es zum Krieg. Ich hasse diese Jump-Einlagen. Hey, lang nie gesehen, du wille. Na, was geht? Du machst aber um Krach hier. Meine Phrase. Spiel speichern, spiel speichern, spiel speichern. So, haben wir noch eine Kanate. Ich merke mich nicht. Scheiße, ey. So, und dann. Und da. Das ist ja echt fies. Momentan, haben wir es geschafft. Hier, dann müssen wir da hoch. Dankeschön. Ah. Ah, Bums hier. Warte, ich spiel mal. Ich spiel schon. Das ist jetzt mal eine Spiel speichern. Boah, nee. Ich renne nicht noch mal, Jungs. Ich. Ich hab jene Lust, da noch mal zu rennen. Hab ich hier noch was drinne? Okay, laden wir noch. Das, 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 das sieht ja gut aus. Seht ja, oder? Ja, das ist gut, sagt. Das ist gut. So, mein Freund. Da oben haben wir das Triebwerk. Seht ihr das? Und das machen wir jetzt. Power läuft. Oxygen und Fuel. Was auch immer. Das ist flüssig. Einer Eierhol-Ethanol-Mischung. Ich will es nicht. Oder heftige chemische Zeug. Wir werden es sehen. Und jetzt. Wir haben oben. Sie geht nach unten. Ich hoffe so. Ja, mach's looking for. Oh, jetzt können wir da runter. Dann gehen wir doch da runter. Es macht uns immer munter. Wir brauchen ein bisschen Health. Das wäre jetzt nicht schlecht. Das wäre jetzt nicht schlecht. Ich frage die Spächte. Triebwerk spring jetzt bitte nicht an. Oh, Mann. Oh. Scheiße. Nein, nein, nein. Komm her. Scheiße. Ich weiß nicht, wo es da weitergeht. Ah, ich muss da runter. Ah, fucking shit. Na super. Bin ich immer drinnen. Und halb tot. Fuck, wo ist denn das Vieh hin? Ah. Das war's. Okay. Na genau. Mit 16 Energie. Das wird ein Spaß. Marie. Genie. Was zum Heilen. Oh, bummste. Sind wir denn hier gelandet? Ist das wirklich ein... Äh, okay. Nähe dich nicht. Ich habe noch 16 verfickte Scheiße. Alter, was ist denn das? Das ist fies. Okay. Das war gut. Once again. Once again. Und wir sind wieder gelandet. Falsch. Das wird jetzt hier, ne? Wir sammeln alles auf. Uh, was sind wir denn da? Ein Revolver. Mit 16 Energie. Doof, ne? Ach. Ach Gott. Okay, wir sind hier richtig auf der Seite. Scheiße. Müssen wir nochmal speichern. Ich brauche irgendwie ein Healthpack oder so einen Scheiß. Sonst bin ich hier klein Matsche. Und wir haben hier relativ ne Menge Atomoren verkackten Apfel. Oh Gott. Oh ja, danke. Komm, 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 komm. Wollen wir erstmal... Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott, tut es gut. Ach, wie geil. Und jetzt? Yeah. Ich raten, das ist nicht gesund. Deswegen gehen wir lieber oben lang. Na, schon wieder der atomare Müll. Kümmert euch um ein Endlager, sonst ich brüll. Ganz laut. Oder leise. Ihr habt doch... Eine Meise. Na, na, na. Komm ich... Komm ich hier doch. Natürlich nicht. Nein. Das ist ja doof, das ist ja doof. Okay. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, das war doof. Das war total doof, oder? Jetzt geht's gar nicht lang, oder? Okay, das war doof. Wir haben... Oder? Wir haben eine schöne Ecke gefunden, wo wir einmal im Kreis sind. Wie ist das denn? Jetzt sind wir wieder hier. Fuck, ist das kacke. Wieso sollst du denn das machen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht ganz. Na, beide seien. Dann gehst du von hier. Ah, okay. Alles klar ist auf der Galerche. Du musst gar nicht auf die Dinger hoppen. Oh Gott. Warum geht denn das so schwir? Warum bewegen das so fix? Kann das nicht mit Tasten rennen? Okay, bestimmt beim Bosskampf werde ich sagen. Okay, nee, ist doch geil. Aber gerade finde ich es nervig. Ach, wieder... Ach, nee. Ich will gerade sagen, wieder hoppen, ey. In der Abflussanlage. Hier stinkt's gewaltig. Ach, du Scheiße. Ich habe das schon geholfen. Wenn ich das bliecht raus... Da soll ich nüpper, oder wat? Scheißentrick. Oh, ich kann das hier oft... Oh, warte mal. Ah! Komm schon. Oh, ach so ist das... Diese Röscher. Ah. Ich wollte schon springen. Okay. Ich muss trotzdem springen. Scheißentrick, Alter. Einmal mitgemacht, die Rutschporti. Kein zweites Mal. Ach, scheiß. Kein zweites Mal. In der Kanalisation nach zum Halbdrei. Da strahlte mir es am linken... Boden. Wir tun trotzdem schnell mal Speichern. Das sieht komisch aus. Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Oder hinter mir tauchen jetzt. Oh, warte. Boah, hab ich erschrocken. Was? Bin ich tot? Hä? Okay, es muss irgendeine Lösung geben. Oh, was ist das denn? Wäre ich direkt durch den Tisch gelandet, oder was? Das haben sie jetzt nie Bombe berechnet, würde ich sagen. Sorry, Leute, wenn ihr so viel seht, dass ich so viel speichere heute. Das ist ein Map der Speichern. Aber das will ich so nicht raussteigen. Das wäre jetzt nicht so viel, gellä? Oh, was ist das denn? Wo wir mit Eisen rum sind. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, ho. Können wir natürlich beim Bosskampf gut finden. Es kommt bestimmt ein böses Monster. Hier geht's überall so ne scheiß Laser-Mine, oder was? Wahrscheinlich. Ja, super. Ja, super. Was ist das denn? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hallo. Wer sind sie? Wo kommen sie her? Warte, 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 warte. Meie, da war ein bisschen schrubben. Der Licht hat gleich los, der Junge. Das scheint dem angeblich nicht auszumachen. Na. Weißen sie sich, junge Mann. Gut, 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 was ist das? Alter. Dann haben wir los. Okay, gerade du. Das war doof wie dem. Versuch Nummer 4. Auf Energieversorgung ist nicht eingeschaltet. Das war doof wie dem. Da ist der Typ. Okay, das dürft. Jetzt wirklich, das muss ich nicht klingen. Alter. Der hat Rungsd. Ja. Der Scheid. Fucking shit. Wo ist der Typ hin? Also, wenn du für Energie sorgst, dann bringt uns der Zug direkt bis zur Oberfläche. Ich würde es ja selbst versuchen, aber es ist verdammt weit bis runter zum Generatorraum und da sind ähm... Dinger sind da oben. Woah, 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 woah. Was ist das? Ja, okay, es wird durch. Okay, es wird durch. Okay, es wird durch. Okay, so ist er in dir genau. Fuck, ist das schwierig, Alter? Ja, und was jetzt? Ah, ich kriege die Krise. Sieht her. Ja, das wusste man schon. Alter, was macht denn das Vieh? Macht denn alles putz. Okay. Nicht Viecher. Ah, okay. Aha, sehr gut gemacht. Boah, bums die Hölle, ey. Das ist ein Scheiß. Das sah doch gut aus. Damit würde ich sagen, sind wir aber schon leider wieder am Ende dieser Folge. Hier bei Let's Play. Half-Life das Original. Und wir sehen, wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses riesen Vieh besiege. Oder ob ich überhaupt schaffe und zwölf mal totgehe. Und dann schaltet auch das nächste Mal wieder einen mit dieser geilen Gun. Ich hab jetzt nicht mich, Michael Dirty Harry Cooper. Naja, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Klickt aufs Glöckchen. Klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sagte Michael Cooper wie immer. Ciao, Willy. Ciao, Willy. Ciao, Willy. Dani Tucker. Ich suche an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017